Einer der beliebtesten Übungen überhaupt ist das Bizeps-Klub. Ein-Arming, zwei-Arming, das ist deine Entscheidung. Aber du weißt, dass wenn du große Arme haben möchtest, dann ist diese Übung ein Must. Wir fangen mit einer stabilen Standposition an. Ein guter Griff ist etwas breiter als die normale Schulternbreite. Nicht vergessen, keinen anderen Körperteil zu bewegen und die Arbeit am Bizeps zu konzentrieren. Die ganze Bewegungsambitude ist hier zu benutzen.